Ich kann nur sagen, es war ein grandioser Abend, etwas ganz Neues, was auch mit unserer Zeit zu tun hat, auch mit den Mitteln unserer Zeit. Neue Musik, das ist, denke ich, zu einem großen Teil eben Geschmackssache. Es ist nicht die erste Erführung, die ich am Hausseher. Und ich fand, es hat doch sehr beeindruckende Momente auch gehabt. Ich habe nie eine kreative Opere gesehen, also für mich war alles super neu und es war unglaublich. Ich habe wirklich alles gefühlt. Die Musik war perfekt. Es ist eine sehr interessante Erfahrung und sehr spezielle Erfahrung und ich denke, es muss wirklich gehen. Ich habe selten so interessante Kompositions in dieser Zusammenstellung gehört. Dieses Vokal, dann diese Elektronik, die einem so ins Herz ging. Die Sache, die ich am meisten mag, ist der Zeitveränderung, der Spiel mit dem Zeitveränderung. Und ich mag auch die Beziehung zwischen den dunklen Menschen, den Hauptcharakteren und den Hauptcharakteren. Das ist ja mehr ein Klangerlebnis als jetzt ein musikalisches Erlebnis. Das fand ich aber total faszinierend, weil einfach der ganze Körper das gefühlt hat. Also ich bin fassungslos vor Begeisterung. Bis zum nächsten Mal nicht.